Heute ist mal wieder Willingen dran. Das Wetter ist richtig toll. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Die Sonne kommt ab und zu raus. Perfektes Wetter zum Biken. Auf geht's! Heute fahre ich tatsächlich mal komplett ohne Acke. Da ich ja mit dem Lift überall hoch fahre, spare ich mir doch mal die 3,8 Kilo. Und das ist schon echt krass, wie fluffig dieses Fahrrad fährt. Dannate sind die Der ist so flowig, das ist total klasse. Und das Fahrrad ist so leicht. Liegt jetzt ohne den Akku nur 20 Kilo. Wie ist das? Zwang. Kau. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018